Mein Name ist Thomas Borchert, ich bin dein Coach für Ordnung und im Jahr 1955 geboren. Im Jahr 2005 erlebte ich meinen persönlichen Tiefpunkt. Alkoholzigaretten, 30.000 Euro Schulden und ein völliges Chaos in der Wohnung, in den Papieren, hatten meine körperliche, geistige und seelische Gesundheit fast völlig zerstört. Die Sorge eines meiner engsten Freunde? Thomas, ich habe Angst, dass du von der Erde herunterfällst, war damals verständlich, hat sich aber bis heute als unbegründet herausgestellt. Mit viel Geduld und noch mehr kleinen Schritten habe ich mich in das Leben zurückgekämpft. Mehr denn je stehe ich heute mit beiden Beinen fest auf der Erde. Ohne Alkohol, ohne Zigaretten, ohne Schulden, ohne Chaos. Dafür, mit dem guten Gefühl, Ordnung als Partner in meinem Leben akzeptiert und integriert zu haben. Ich sehe Ordnung als Garanten für ein zufriedenes und glückliches Leben. Ordnung im Kopf, die vier Schritte in deine persönliche Ordnung, ist die konsequente Weiterführung und logische Konsequenz meines Lebens und meiner Tätigkeit als dein Coach für Ordnung. Es ist ein emotional geschriebenes Buch, das dir die Angst vor Papierbergen, Unordnung und Chaos nimmt und dich sicher mit dem System der vier Schritte ins Tun und damit in deine persönliche Ordnung bringt. Mein Name ist Thomas Borchardt, ich bin dein Coach für Ordnung und wünsche dir viel Kraft und Glück auf deinem Weg in deine persönliche Ordnung. und wünsche dir viel Kraft und Glück auf deinem Weg in 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 deinem Weg.